Hallo zusammen, Ai Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest und dann war da keiner mehr anzunehmen bei Laios in Revendreth an dieser Position. ForQuest war der Anlass für den Verrat. Nun darf man zwei NPCs anquatschen. Der eine ist gleich hier hinten. Solltet ihr weitere Fragen haben zu ForQuest oder ForgeQuest, schaut bitte in die Videobeschreibung. Da habe ich euch mehrere Videos verlinkt, in denen ich euch komplette Questfeiern am Stück zeige. Und der Wanderung zum Erfolg Besucher von Revendreth, da gehört auch diese Quest dazu. Außerdem habe ich euch in den entsprechenden Beschreibungen die Zeitpunkte eingetragen, an welchen Stellen ich welche Quests angenommen habe. So könnt ihr direkt zu gesuchten Quest bringen, ohne euch lange durchklicken zu müssen. So, ich hatte euch die Map aufgemacht, damit ihr seht, wo ich hineinlaufe. Und hier darf man Samu einladen. Nun geht es wieder nach draußen. Und nun muss man in einen Keller laufen. So, gleich bin ich auch schon da. Nun darf man hier hineinlaufen. Und ich glaube, da darf man nur abwarten, bis die NPCs zu Ende gequatscht haben. Ich habe übrigens auch eine Facebook-Seite. Link dazu findet ihr in meinem YouTube-Kanal-Banner. Auf der Seite poste ich die Software, was ich gerade aufnehme. Oder was als nächstes ansteht. Dürft die Seite auch liken, abonnieren, wie ihr wollt. Sie dient nur dazu, euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. So, jetzt hauen die sich tot. Normalerweise. Also quasi, sie erschießen sich. Ja. Sehr gut. Ja, das ist ein Schlamassel. Ja. Quest ist abzugeben bei Rahel. In Revendreth. An dieser Position. Habt ihr gesehen, wo ich in die Kruft hier gelaufen bin? Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet. und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch hier in der Mitte so einen Abonniert-Knopf ein. Weiterhin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und gutes Gelingen. Heizoke Ende.